Alles startklar für den Osterausgleich. Ausgleich 2, 2000 Meter. Das Feld ist auf der Reise, kommt zum ersten Mal jetzt hier vor die Tribünen. Und an der Innenseite, da ist das Amazing Dragon, der an die Spitze geht. Amazing Dragon, also vor den Tribünen vorne, dahinter Spirit in the Sky. Zweites Pferd, vor Flying Dreams, toward Glory und Bay Vittoria. Dann folgt New Fighter und am Schluss des Feldes Rossetti, gemeinsam mit Pearl Royale. So geht es durch den ersten Bogen hindurch in die Gegenseite herein. Und vorne Amazing Dragon mit zwei, mit drei Längen. Dann Spirit in the Sky for Flying Dreams. Viertes Pferd ist toward Glory, dahinter Bay Vittoria und New Fighter. Dann eine Lücke von drei Längen zu Rossetti und zu Pearl Royale am Schluss des Feldes. In der Gegenseite unveränderte Konstellation. Vorne Amazing Dragon, jetzt noch mit zwei Längen. Spirit in the Sky, dahinter zweiter. Flying Dreams ist dichter auf, außen verbessert jetzt New Fighter kontinuierlich die Position. toward Glory ist dann fünftes Pferd vor Bay Vittoria. Dann sind es drei Längen zu Rossetti und weitere zwei Längen zu Pearl Royale am Schluss des Feldes. Vorne weiterhin zwei Längen für Amazing Dragon. Der hat hier unverändertes Kommando, aber New Fighter, der schließt jetzt hier weiter auf und erscheint jetzt bereits in zweiter Position hinter Amazing Dragon, der das Feld jetzt in den Schlussbogen bringt. Amazing Dragon, New Fighter, Flying Dreams dritter, viertes Pferd, Spirit in the Sky, dann Bay Vittoria innen, außen begleitet von toward Glory. Vier Längen dahinter, Rossetti und Pearl Royale am Schluss des Feldes. Am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei geht es mit Amazing Dragon und New Fighter unverändert. Dann das nächste Pärchen mit Flying Dreams und Spirit in the Sky. Dann Bay Vittoria und toward Glory und dann Rossetti und Pearl Royale. So wird die Zielgerade angesteuert. Noch 550 Meter, Amazing Dragon mit dem Kommando. Sofort kommt der Angriff von New Fighter. New Fighter geht nach vorne an Amazing Dragon vorbei. Dann kommt Spirit in the Sky, Flying Dreams setzt nach, aber vorne ist New Fighter, New Fighter. Innen wehrt sich aber Amazing Dragon. New Fighter ist vorne mit Amazing Dragon. Dahinter versuchte Spirit in the Sky, Flying Dreams bleibt dabei, aber vorne New Fighter mit Amazing Dragon unverändert. New Fighter ist vorne, New Fighter. Jetzt kommen aber die Räuber, jetzt kommen die Verfolger. Aber außen ist weiter, New Fighter vorne, New Fighter, New Fighter auf der Siegerstraße, New Fighter ist vorne. Jetzt kommt Rossetti angeflogen, aber New Fighter ist längst zu Hause. New Fighter gewinnt vor Rossetti. Dritter ist Amazing Dragon for toward Glory, Spirit in the Sky. Dann Flying Dreams und Bay Vittoria. Und letzte ist Pearl Royale. Prim Heist. Und den sie ce